Berlin ist eigentlich die Stadt, in der ich am allerliebsten wohnen würde. Denn Berlin ist für mich eine Metropole. Was macht eine Metropole aus? Eine Metropole macht aus, natürlich als erstes eine Internationalität. Und ich finde Städte sehr schön, die gebrochen sind. Denn in dem Bruch einer Stadt wächst Neues. Gibt es Menschen, die hierher kommen, die einfach sagen, wir wollen etwas versuchen. Da sind junge Chinesen da, da sind junge Russen da, da sind junge Franzosen da, die hierher kommen, weil sie sagen, hier finden wir einen Freiraum und eine Anregung, die wir in anderen Städten im Augenblick nicht so finden. Ich finde die Biografie dieses jungen Mannes sehr spannend, weil er sehr früh für sich eine eigene Identität geschaffen hat. Er hat einfach gesagt, ich möchte anders sein als die anderen und ich mache es, obwohl die anderen mich dafür mobben. Und das finde ich schon sehr spannend. Für mich ist natürlich gerade, als Ulrich Wickert noch so die Tagesthemen gemacht hat, er war ich glaube ich so 16, 17. Das war natürlich die Zeit, wo ich sowas nicht geguckt habe. Natürlich ist er aber ein Begriff und ein Riesenbegriff auch, glaube ich, in meiner Generation. Jeder kennt ihn, er hat natürlich eine ganz wichtige Aufgabe gehabt. Man merkt immer hinter all seinen Themen, die er behandelt, dass er da wirklich hintersteht. Er ist nicht irgendwie so ein langweiliger Nachrichtensprecher, der irgendwas erzählt, sondern das, was er macht, das kann man immer irgendwie greifen, verstehen, ohne dabei das Zeigefingergefühl zu haben. Gerade meine Familie war sehr angetan und aufgeregt, als ich erzählt habe, ja, ich treffe mich mit Ulrich Wickert und wir verbringen den Tag zusammen. Ich glaube, ich konnte noch nie so viel gucken wie mit dem Gesprächspartner heute. Darum, ich freue mich auch, ihn zu treffen. Das Hotel ist für uns so, eigentlich das Hotel, wo wir immer sind in Deutschland. Fühlt sich an wie so ein eigenes Haus schon fast. Sie haben ja auch mal hier in diesem Hotel gewohnt, drei Monate lang nach der Operation. Genau. Ja, und ich kam gerade, ich war lange nicht mehr hier und bin dann hergekommen und die waren dann so nett und dachten, okay, wir geben dasselbe Zimmer. Und dann kam ich rein und dachte, oh nee, ich muss hier raus und habe das Zimmer nochmal gewechselt. Weil das war natürlich, das war, glaube ich, so die schlimmste und anstrengendste Phase in unserer Karriere. Das war so, als dann meine Stimme weg war und ich dann die OP hatte und so, das war halt auch psychisch natürlich eine totale Belastung. Und das war dann, das war wirklich, da hatte man ja dann so Angst, was passiert. Man wusste ja gar nicht, was passieren. Was war eigentlich mit der Stimme los gewesen? Ich hatte Zysten auf den Stimmländern. Und dann haben die sich quasi nicht mehr geschlossen richtig und das hat quasi ganz viel Kraft gebraucht, um überhaupt einen Ton rauszubringen. Und eigentlich war die Stimme dann komplett weg. Und das war dann schon... Oh Gott, wie kommuniziert man? Schreibt man immer Zettel oder wie? Ja, ich hatte dann so ein Zettel und natürlich mein Bruder hat mir geholfen. Also, weil da ist ja das Gute, wir brauchen uns nur angucken und er weiß dann sofort, was ich sagen will. Und darum, das war ganz gut. Er war so ein bisschen mein Sprachrohr in der Zeit. Also, insofern ist das der ideale Partner. Absolut. Ich meine, ja, das ist, glaube ich, sowieso ein Partner und eine Partnerschaftlichkeit, die immer einfach eine Konstante sein wird in meinem Leben. Also, habt ihr das Gefühl, es gibt den Stärkeren und Schwächeren unter euch beiden? Oder ist der eine so oder andere so? Also, ich glaube, wir ergänzen uns total. Also, er hat halt, wie wir beide, wir haben halt unsere Schwächen so, aber es ist auch so, dass zum Beispiel unsere Energie und wenn einer von uns irgendwie schlecht gelaunt ist oder schlecht drauf ist oder gerade einen Durchhänger hat, dann ist der andere eigentlich der, der den dann mitreißt und mitzieht. Das ist ein ganz berühmtes Studio und Aufnahmeraum, wo schon ganz berühmte Alben entstanden sind mit David Bowie und so weiter, haben schon ganz große Leute aufgenommen und recorded. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, jeder hat ja seine Identität. Die Identität wächst durch das, wo man aufwächst und durch die Sprache, durch das, was man hört, was man mit der Familie lernt. Du hast angefangen im Alter von 8 und 9, dir deine eigene Identität zuzulegen. Wie kam das? Also Tom und ich sind erst mal, glaube ich, bis wir sechs oder sieben waren, komplett gleich rumgerannt. Wir hatten dieselben Sachen an. Wir hatten dann immer so Pullover, wo unsere Namen draufstanden, damit irgendwie die Kindergärtner und die Lehrer und so uns dann irgendwie auseinanderhalten konnten. Und dann gingen einfach unsere Interessen total auseinander, auch musikalisch. Also Tom hat ganz andere Musik gehört als ich. Und wir haben uns einfach in komplett verschiedene Richtungen entwickelt. Wahrscheinlich auch, weil man als Zwilling ja dann immer nur als Zwilling wahrgenommen wird. Also man wird ja dann auch oft gar nicht mit Namen angesprochen, sondern sind es immer die Zwillinge. Und ich glaube, wahrscheinlich haben wir so unterbewusst einfach jeder versucht, uns total eigen zu entwickeln und so eine eigene Persönlichkeit zu schaffen. Und das ist dann irgendwie auch ganz krass in unserem Aussehen passiert. Also wir sind wirklich, wir haben da natürlich auch ganz viele verschiedene Phasen durchgemacht und waren aber immer sehr extrem in allem. Also er sah sehr extrem aus, ich sah sehr extrem aus und wir zusammen sind natürlich total aufgefallen. Und wir haben es uns natürlich aber auch nicht leicht damit gemacht. Aber für mich war ganz früh wichtig, frei zu sein. Und ich habe auch immer so was, so einen Rebellen in mir gehabt und das habe ich auch heute noch, der immer mit seinem Äußeren und mit seiner ganzen Musik auch und so weiter immer Freiheit haben will. Also Freiheit ist für mich eigentlich das Wichtigste überhaupt. Das war mir schon als ich jung war ganz wichtig. Deswegen ist für mich auch Freiheit ein unglaublicher Begriff. Aber du hast wahrscheinlich auch rebelliert, weil du gesagt hast, ich kriege die Freiheit nicht. Also es war halt, man wird dann oft ungerecht behandelt. Und ich habe dann mir immer den schwierigen Weg ausgesucht und habe dann immer diskutiert. Ich hatte halt immer so meine Meinung und solange ich damit im Recht war, wollte ich halt auch, dass das für alle in Ordnung ist. Und dann hatte man aber schon, wir hatten massive Probleme in der Schule. Also meine Schulzeit war der absolute Horror. Ich habe das gehasst, da jeden Morgen hinzugehen. Gerade wenn ich jetzt so zurückgucke, dann denke ich auch so, ja, ich habe es mir natürlich extrem schwer gemacht. Ich hätte es mir jetzt auch viel leichter machen können. Aber umso mehr die Leute dagegen gekämpft haben und gesagt haben, der kann aber nicht mit geschminkten Augen zur Schule kommen. Und das geht nun mal nicht. Und der kann nicht, und Tom kann nicht mit einem Gitarrenkoffer und das funktioniert nicht und so weiter. Und umso mehr haben wir, also umso dunkler waren meine Augen am nächsten Tag und umso schwärzere Haare hatte ich. Also wir haben dann immer noch einen draufgesetzt und haben dann, ja, uns das echt so ein bisschen schwierig mitgemacht. Aber das war immer mein Drang danach, dass ich gesagt habe, so, ich war gut in der Schule, ich habe immer gute Noten gehabt, immer nur für mich selber natürlich. Und ich wollte, dass ich dann genauso behandelt werde wie jeder andere auch. Wenn jemand mich richtig enttäuscht hat und ihn als intrigant oder was auch immer empfinde, dann sage ich, der ist so, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Also bin ich dann sehr radikal manchmal. Also vielleicht mache ich das auch, um mich zu schützen. Ja, und ich glaube, man sucht immer nach jemandem, der dieselben Wertevorstellungen hat wie man selbst. Und ich glaube, selbst wenn man im ersten Moment vielleicht denkt, das könnte irgendwie klappen, ist es doch langfristig so, dass man das schon gleich sehen muss. Also sowohl, glaube ich, in Beziehungsfragen als auch in joblichen Fragen mit Partnern. Also ich glaube, das ist auf allen Ebenen gleich. Also solange man Leute hat, die einen richtig hassen, hat man auch Leute, die einen richtig lieben. Und dann weiß man, man macht das auch irgendwie richtig. Also ich glaube, wenn man eben Vorstellungen hat und die auch äußert und kommuniziert und dann auch eine Freiheit ausstrahlt, die vielleicht auch manche sich nicht trauen zu haben, dann liegt da Liebe und Hass ja auch ganz nah beieinander. Und also ich habe immer das Gefühl, solange das so ist, läuft eigentlich alles richtig. Und so macht man das auch richtig. Und ich habe mich immer wohl damit gefühlt, dass es Leute auch gab, die einen nicht mögen und die was gegen einen haben. Weil am Ende des Tages bringt einen das immer irgendwie weiter. Ich glaube, wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020